Wir haben gesehen, dass die Varianz die Streuung von Datenwerten eigentlich sehr gut abbilden kann. Je größer die Abweichungen der einzelnen Datenwerte von ihrem Mittelwert sind, desto größer wird auch die Varianz. Und wenn wir sehr große Abweichungen von Datenwerten zu ihrem Mittelwert haben, dann kann die Varianz durchaus auch mal riesig werden, nämlich genau durch die Quadrierung. Warum ist die Varianz trotzdem kein so ganz gutes Maß für die Erfassung der Streuung von Daten? Machen wir uns das am Beispiel klar. Wir haben hier links wieder unsere Datenwerte gegeben und daraus habe ich nun hier zunächst die Quadratsumme berechnet, die war 2133,46. Die Varianz nun berechnet sich aus der Quadratsumme, indem wir diese Quadratsumme durch n teilen, also durch die Anzahl der Merkmalsträger in unserer Stichprobe. Dann wird die Varianz plötzlich sehr viel kleiner. Wir wissen also, dass im Mittel jede Person eine quadrierte Abweichung von ungefähr 85,3 zum Mittelwert aller Personen aufweist. Egal wie viele Personen wir nun in diese Datenreihe aufnehmen, wenn die quadrierte Abweichung jeder dieser neun zusätzlichen Personen zum Mittelwert aller Personen auch nur ungefähr 85 beträgt, dann wird sich die Varianz durch die Hinzunahme weiterer Personen nicht verändern. Nun haben wir gerade bei Mittelwert und auch für alle davor eingeführten Kennwerte immer stark auf die Eigenschaft der Äquivarianz gepocht. Und diese Äquivarianz, die hätten wir nun nicht nur gerne für Maße der zentralen Tendenz und andere Lagemaße wie das Minimum und das Maximum, sondern natürlich auch für Streuungsmaße. Was würde das bedeuten? Stellen wir uns vor, wir haben Daten erhoben einer Variablen x. Diese Variable x kann verschiedene Werte annehmen und diese Werte seien mal auf dieser Skala hier unten abgetragen. Wir erheben nun sehr viele verschiedene Datenwerte und finden, dass die Datenwerte alle so ungefähr in diesem Bereich hier liegen, besonders viele hier in der Mitte und eher wenige weiter außen. Jetzt könnten wir ein Histogramm zeichnen und dieses Histogramm würde vielleicht ungefähr so aussehen. Damit hätten wir die Lage unserer Werte auf der x-Achse relativ gut spezifiziert. Die Werte liegen nämlich typischerweise alle ungefähr in diesem Bereich. Und wir hätten auch die Streuung unserer Messwerte auf der x-Achse ganz gut spezifiziert. Die Daten streuen nämlich typischerweise in diesem Bereich hier. Angenommen, das hier wäre die Verteilung unserer Datenwerte x. Was würde nun passieren, wenn wir jeden unserer Datenwerte x um 5 erhöhen würden, also zu jedem Datenwert in dieser Messwertreihe die Zahl 5 addieren? Nun, da würde nichts anderes passieren, als dass all unsere Säulen um 5 Einheiten nach rechts rutschen würden. Die Lage unseres Histogramms auf der x-Achse würde sich verändern, nicht aber seine Breite. Damit macht die Addition eines bestimmten Wertes zu den Daten nichts an der Streuung dieser Daten. Was aber passiert, wenn wir jeden unserer Datenwerte mit 10 multiplizieren? Dann verändert sich in aller Regel die Lage unserer Verteilung auf der x-Achse. Das Zentrum dieser Verteilung, sei es nun der Median oder der Mittelwert oder auch der Modus, das wird natürlich 10 Mal so groß. Genauso aber verbreitert sich unsere Verteilung auch um das Zehnfache. Wenn dieser Datenwert vorher die 50 war, dann ist er nachher die 500. Wenn dieser Datenwert hier vorher die 20 war, dann ist er hinterher die 200. Damit wird unsere Verteilung auf der x-Achse sehr viel breiter. Und das sollte sich im Streuungsmaß reflektieren. Schauen wir mal, ob es das tut. Hier unten habe ich mal Mittelwert, Varianz und Standardabweichung abgetragen. Das erste hier war unsere Datenreihe x, das zweite x plus 5, das dritte x mal 10 und das vierte schließlich x mal 10 plus 5. Wir sehen, dass tatsächlich der Mittelwert bei der Addition von 5 auch um 5 Einheiten ansteigt. Wir sehen genauso, dass sich der Mittelwert bei der Multiplikation mit 10 auch um das Zehnfache erhöht. Das erwarten wir auch auf Basis der Äquivarianz-Eigenschaft des Mittelwerts. Die Varianz erhöht sich durch die Addition eines Wertes gar nicht. Sie ist für die Datenreihe x 85,3 und für die Datenreihe x plus 5 ebenfalls 85,3. Bei der Multiplikation mit 10 allerdings passiert nun etwas Neuartiges. Die Varianz steigt nicht, wie man das nun hätte erwarten können um 10, sondern sie wird gleich um das Hundertfache größer. Aus einer Varianz von 85,3 für die Datenreihe x wird eine Varianz von 8533 für die Datenreihe x mal 10. Das wollen wir nicht. Vielmehr würden wir natürlich erwarten, dass bei der Multiplikation einer Datenreihe um 10 die Werte dieser Datenreihe um das Zehnfache gespreizt werden und damit auch unsere Streuung genau 10 mal so groß sein sollte. Genau das wäre Äquivarianz übertragen auf Streuungsmaße. Aber der Kennwert der Varianz, der erfüllt diese Äquivarianz nicht und damit ist er eigentlich kein so sinnvoller Kennwert. Was können wir tun?